Hallo Leute, und zwar heute wollte ich euch zeigen, wie ihr Gleichungen lösen könnt, und zwar mit eurem Taschenrechner, dem EL9900. Als erstes müsst ihr den Taschenrechner einschalten und die Rechenfunktion wählen. Das heißt, das ist dieser blöde Button, wenn du einschaltest, ist ziemlich klar. Als zweites müsst ihr die Second Function Taste drücken, das ist die gelbe Taste hier. Und dann seht ihr auch im Display eine kleine 2 mit einem Strich unten dran. Als drittes müsst ihr die Solver Taste drücken. Das ist die Taste hier unten, da steht es gelb geschrieben Solver. Nachdem ihr die Taste gedrückt habt, steht auch im Display Solver. Der verschwindet nach 1 bis 2 Sekunden. Habt ihr das soweit, müsst ihr nur noch die Gleichung eingeben. Jetzt müsst ihr schauen, dieses ist gleich, kriegt ihr so hin, dass ihr Alpha drückt und dann das Minuszeichen in Klammern. Für die negativen Zahlen, dann bekommt ihr ein Minus. Jetzt müsst ihr die Second Function Taste drücken und das Minuszeichen. Und zwar müsst ihr zuerst die Second Function Taste drücken und dann das Minuszeichen. Und das müsst ihr zwei bis dreimal wiederholen, bis nicht dieser Bildschirm kommt, wo ihr dann euer Ergebnis seht. Mit X ist gleich halt das richtige Ergebnis für eure Gleichung. Also nochmal zum Wiederholen. Als erstes einschalten, Rechnung zu wählen. Als zweites die Second Function Taste drücken. Als drittes die Solver Taste drücken. Dann müsst ihr eure Gleichung eingeben. Und als letzten Schritt müsst ihr dann die Second Function Taste drücken und die blaue Minus Taste drücken, damit ihr auch das richtige Ergebnis kommt, damit der Taschenrechner den Wert für X sagt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bedanke mich.